Guten Tag, Marius. Du meinst ja viel, wenn wir nur sich sehen, wenn wir glauben, wie wir bitten, wenn wir glauben, wie wir bitten. Wenn wir glauben, wie wir sind als Reich, wenn wir glauben als Reich und andere von uns kennenlernen, dann steht, wie wir von uns kennenlernen. Und wir wollen vielleicht sagen, dass das Ehe gibt sich dann. Wir wollen gerne in Höhe, dass Menschen uns so an die Ehe geben, wie wir bitten, wenn wir bitten. Aber das letzte paar Wände, falls ich mich so, Gott lehrt mich nicht auf dem Hort von dem Reden. Und ich denke nicht mal, wenn es so eine Botschaft mit dem Salz getroffen hat, wenn es stolz hat oder höchstensig ist oder so ein Ding an dem Hort. Wenn ich glaube, wie dir und vielleicht alle dummert, vielleicht nicht alle gelitten sein, aber ich sage mir, ich kann sagen, 90% oder vielleicht auch Hacher von all unseren Trübeln, was wir begegnen, von der zwischen unseren Kindern, unseren eigenen Partner, unseren Freund, der reine Körg, der Arbeit, dass 90% oder meine Sturmherr von Pride haben, von höchstensig sind. Ich würde auf Worte noch brauchen, höchstensig, dann würde ich meinen Pride damit. Da meint so viel, dann hat die Neues vielleicht mit die Hacher gekickt mit der Offen und anderen, und ich würde in der Wehbetter. Und dann würde ich mich, was ich komme zu sagen, ich würde in der Wehbetter. Dann ist es höchstensig. Sprich, als das ist, wenn ich auch in der Nähe sage, wer stolz ist, geht in der Grund. In höchstensig sind, kämpft her für den Vollen. So, dass Peter dummütig in, mit den Armen taubstuhnen, aus mit Stolte taub, die stuhlende Sachen andeilen. Er sagt hier, zwei Dinge würden passieren, wenn wir Stolt sind, das meint dann, wenn wir dort in das Haken abdrehen. Einmal haben sie, wie so, so, Peter, wenn ich so gering und dummütig darf, was du sehr groß mit tun. Nicht denn, dass wir doch, wir wollen eine Hand der Menschen sagen, dass es sehr, sehr, sehr gering, wir sind doch, du mit uns groß, wir sind gering, dass die nächste Person in der Nähe wird doch mit uns, wenn wir doch probieren, sie zu verstärken, als wenn wir wirklich an die Hand drauf geladen. Aber dann sagt er, Stolt sein bringt uns in der Grund, in der Höchernäßig sind, dort kommt Fahrenden vor und wenn ein Mal, und das habe ich vielleicht auch selbst, vielleicht mehr als einmal beleuchtet, ich will nicht sagen, kriege ich für vier, aber du sagst in Zeiten, wo einer vielleicht eine Gruppe Menschen ist, oder Freunden, oder ob er ist, wieder an einer, hey, ich will das Pass, ich will Schwinn sein, wird ich gelaufen da. Und dann kommt der Nächste und sage, hey, hast du vielleicht gar nicht gedacht, dass das wird vielleicht bitter schaffen, oder das wird nicht gut sein, oder immer. Wenn sie eher praktisch gesagt haben, aufhört dann, dass ich nur erlaubt sich, wenn wir, und ich will sagen, ich sage, es ist eigentlich sehr viel bitter, dass wir einer selbst gedacht hat, zu verhalten, und einer war, glauben Sie, wer im Termin in Höchernäßig zu sein, ein Jemand bringt ihm das sehr hostig, zu empfehlen, dass einer nicht, nicht wählen, es damit ich es gewaß. Aber ich sage, jetzt bitte, es damit ich zu sein, mit oberen Taubstuhn, aus Stolt sein, mit Stolt der Taubstuhn, an gestuhlten Sachen, an da. Ich war, was zu verhalten, zu lesen, in der ersten Mose, Kapitel auf, und es ein bisschen, ein bisschen, ein Bild geben, von, was Gott sei, von diesen Dingen, oder was da passieren kann, wenn wir uns, zu sagen, mit Eufend, mit Stolt sein, oder an das, was mein, in der ersten Mose auf, bei der ersten Fahre, und anfangen. So, ich sage, eine Zeit, hat sie, ab, ganz, ihr, bloß, eine Sprache, und alle, der selbe, wird. Das meint, das ist keine Sprache, nicht? Können, oder Plotisch. Vielleicht heißt es, dann nicht Plotisch, ich weiß es, Aber, hat sie, oder, eine Sprache, können sich, alle, am, sich verstauen, verstehen, oder, der selbe, wird. Dann sagt sie, und aus den Menschen, vom Osten, wieder trocken, kommen sie in eine große Stab, und die gehen von Schinar, durch Siedeln, und sie sehen, und sie sehen, und sie sehen, nicht einmal an der Arbeit. Wir wollen uns, Thielen merken, Thielen, und die Gaut hat, sie haben dann, Thielen für die Steine, und Pack für das Zement, so, dass sie den Finken, und die Gauten, und die Gauten, und sie sehen, nie einmal an der Arbeit, wir wollen uns, eine Stadt büren, in einem grauten Tharm, der über den Himmel riecht. Wir wollen uns, eine Numen merken, dort wie nicht, aber ganze Ehe versträht werden. Und der Herr, die kam rauf, und besag sich, der Stad, und den Tharm, den die Menschen, sich gebüren, und der Herr, sie sehen, nicht geht. Da das alles, ein Fall, und sie reden, alle eine Sprache, das ist noch mal, der Anfang, von was sie, däunen waren, built waren, sie alles däunen, was sie können, däunen können, und was, und befehlt. Und so versträht der Herr, an ihrer ganzen Ehe, und sie hielten ab, mit der Stadt büren. Dort wird Babel genannt, wie er, an der ihre Sprache, versträht, und von der versträht der Herr, an ihrer ganzen Ehe. Da steht heute Babel, wenn sie den anderen, wenn sie das vertellen, nur dann hier, wenn sie babbeln, und dann steht Babel. Aber hier, die Menschen, die fangen sich an Salz, wort gräutet, haben wir mal, an der Arbeit, wir waren hier eine gräute Stadt büren, ein gräuter Tarm, wort ganz über den Himmel riechen, dass wir waren, an sie hier, wort merken, von der Salz. Der Träbel ist, wenn wir erstens das anfangen, zu denken, dass wir waren, oder wie können, oder wie haben die Macht, oder wie haben die Verstand zu verhören, allgemein, dann passiert das, dass wir dann Gott anfangen, hinzuhalten, und an den Salz, anfangen, zu heilen, dass wir glauben, dass wir sind Salz, goud genug, oder graut genug. Aber wenn wir anfangen, dass wir das erzählen, das würden sie sagen, dass sie wären, hochnäßig gewesen, sie wären eine Gruppe Menschen, die nicht mehr, die nicht mehr, die nicht mehr, ausrechnen, sie wären mal, in einem Jahr, für sich Salz, sie wären mal, in einem Staat, in einem Graut, und sie wären die, die nicht mehr, die Schäden in der Arbeit sind. In den Arbeiten alleine, wo es dann ganz goud gewesen, aber sie würden Gott davon auslöten, sie würden nicht alle, sich Salz, und von sich Salz, haben sich Salz in einem Jahr, und dann steht Gott davon, dass sie in den vierten Verschen in der Heimel sagt, und sie sehen, niemals an der Arbeit, werfen uns mal eine Stadt büren, in einem Tarn, der im Himmel liegt, werfen uns mal einen Nullmerken, so dass sie nicht, wurden versträht, auf der ganzen Welt. Wenn wir dann, das Lüten ins Leben nennen kommen, dass wir anfangen, ans Leben zu untersuchen, niemals an der Arbeit, niemals an der Arbeit, niemals an der Arbeit, niemals an der Arbeit, wie für jeden Tag von Gott, und wo wir in Heuernsjaf bei ihr haben gestaltet. Das bringt uns, wenn es das so hochkansig ist, das bringt uns mit Jatadein, aufgaddein, oder falsche Jatadein. in, 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 für mich, für mich, für mich, für mich, für mich, für mich, wenn du was hast, in deinem Leben, wo du dich sehr, 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 für die Zeit mit aufgeben, in der Städte, in der Zeit mit Gott, dort, dort fängt unsere aufgaddein, in deinem Leben. Ein von den Dingen, was wir fern, daun, das bringt uns fern, mit den, mit den, dünn von Salz. Dort alles, was wir daun, alles, was wir nun streben, alles, was wir verlangen, ist, dort, ich kann für mich, selbst, das Bete merken, für mich, selbst, das Leichte merken, für mich, selbst, das Taub schoffen, ich selbst, das Seier, Geld haben. Dann fangen sie an, die Salz, aus, wir wollen nicht, wie wollen nicht, Salz zu sein, ich tell mir, aus dem Gott, wenn ich Salz anfange, zu deinen, alles, für mich Salz, aber das wird, wo das dann ist. Dann fangen wir an, in Gott, zu deinen, von Salz. Und damit kommt dann, wo wir, sagen, Kekmol, Kekmol, was ich hier drin habe? Dann fangen wir an, alles, meine Hände, ich hier drin. Komm, alle Kekmol, was ich hier drin habe? Komm, Kekmol, ich hier drin habe. Dann fangen wir an, Salz zu haben, dann fangen wir an, flängen sie nicht, die Kekmol, oder andere, und sagen, ja, ich hier drin habe. Dann fangen wir an, was wir mal, kommt, das, als wir fangen an, das Geld, zu uns, Gott, und zu sagen, wenn wir schaffen, tauben, kriegen, und die Meier, wir kriegen, die Meier, und ein von den ganz rücksten Mannen, was sie, von den Städten, die Frühen, den Rockefellers, die Frühen, den, wie viel Geld, was wir genügend sein, wenn wir noch mehr, was sie talen können, und er greift, und ein kleines Städtchen, und sie sagt, wie viel, wir genügend sein, und sie sagt, ah, ein kleines Bäschen, ein kleines Bäschen, ein kleines Bäschen, ein kleines Bäschen, wenn du wenig zu essen hast, oder wenn du viel zu viel hast, was nicht mehr talen kostet, ein kleines Bäschen, der Gott, der wird never zufrieden gestellt, wenn wir den anfangen, zu tun, der wird never nicht zufrieden gestellt, aber dann fangen wir an, zu sagen, oh, wow, mich kann man abchaufen, wissen alle, ich habe gesagt, ihr schauft, ihr schäbt, ihr habt gemerkt, das, was ich kann mich abchaufen, und was bringt die dort am engen Leben, was war ich gegeben, wenn sie dort, aussah, die nicht mehr drin sind, oder andere Menschen, aber das kostet die nicht mitnehmen, aber wenn wir höchlich sein, dann sagen wir, schauen wir, wir sehen, vielleicht nicht krass, wir sehen, aber wir proben, dass die Menschen nicht seltsam kommen und sagen, hey, was du hier hast, das ist ja so, ja Gott. Und wir werden nicht wirklich, wie es Menschen sind, oder nur klug geworden mit der Sache, wir brauchen nicht charakteriert zu sein, hey, komm, kipp mal, was ich habe, wir brauchen nicht mehr, je teuer, je teuer ist, was du hier sein, kann ich komm kippen. Dann haben wir uns gerade auf einen Tipp geschaffen, dass wir den Gott dienen von Salz und von Geld. Und für jeden davon, dass ohne Gott wir überhaupt nicht mehr laufen können, wir können nichts nicht tun. Wir können nicht leben, wir können nicht laufen, wir können nichts nicht tun ohne Gott, dass Gott wir uns das geben, das zu tun. In 5. Mose 8, Vers 8 und 9, dann sagt er, hält dem Herrn den Gott im Denk. Dort ist heute, wird den Kraft, die Kraft gerecht worden, und wenn er dort will, wenn er von der Nacht den Bund hält, wenn er jetzt auf einen Eid verspricht. Für jeden Herrn den Gott nie nicht, und gut nie nicht in unsere Jäte, am Deuter Deinen in Unterbäden, wenn sie dort wurden, dort können er von der Sache sein, dann war sie angebracht worden. Die vierten hat sich an, vielleicht so eine Worte, ich kann es sehr auf den Tisch, denn ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht sagen, mich verstehen, dass ich das ordentlich finde, wenn ich etwas auf den Tisch schaffe, ich glaube, das sei ein Gott. Gott hat uns alle Verstunden gegeben, den Hängen gegeben, wir haben uns passen, aber dann. Aber du, dass wir Gott nicht in den Salz verletzen. Hier sagt er, wenn wir Gott verletzen wollen, das sei bloß über den Salz oder für den Salz. Er sagt, er wird eigentlich von der Sache sein, dann war sie angebracht worden. Wenn Gott hat uns hier angestellt, zum Arm verherrlichen, zum Arm die ihr bringen, und wir werden verletzen, dann wir dem das Salz, alles Salz, uns Salz lieben, Salz die ihr geben, dann kommt das, dass er uns anbringt, in Daniel, Kapitel 4, Vers 27 und 28, sämtlich alle bekommen die Geschichte von der König Nebuchadnezzar, er hat in Grau, das kann ich nicht richtig, er hat ihn toll angenommen, er kann den Israeliten vornehmen, und so weiter, und er hat sich gesagt, ein Beruf, mit wer wird, was er tun hat, und dann wird ihm ein Prophet geschickt, und er hat gesagt, wenn du dieses Stadt wieder gehst, dann wird er ein Bild eingenehmert dich. Und er hat sich Salz anzustellen, das er nicht so will, und er hat die Idee gefahren, und dann eins Mal, dass er dahin kommt, und er hat in seinem Polis, kommt er rüber, und er wird in meinem Kappplatz, das ist ein gebiet, in Gitterer Böten, wo er auf dem Balkoniehafen kippt, und er hat eventuell nicht so viel gesagt, es ist das, wie kippt, und er hat die königliche Ehe die mehr gehört. Er hat keinen ganz geredet, kam eine Stamm vom Himmel, und er hat keinen bekann er gesagt, das ist nur recht für dich. Du hast den König verloren. Heute hat alle Ehe für sich Salz nehmen, das hat heute gewonnen, er wird wunderbar. Und er muss sieben Jahren, wenn ihr die Geschichte wieder verlänglich lesen, sieben Jahren muss leben aus ein Tier, aus der Welt. Er trinkt, wenn er der Stier in Not war, kann du trinken, leben aus ein Tier. Er hat sieben Jahre Gott die Ehe geben . und dann ab einmal kam heute Hause in die Ehe und dann er ein Mensch. Er trinkt, Gott hat uns Leben geben, dass wir leben können. Wenn wir die Ehe nehmen, wir nehmen, wir sagen, wir haben, wir sind, wir haben, dann kann Gott sehr hostig das verändern. das kann nicht sein, das kann ich meinem Heng getroffen. Wenn es ist, dann können die Stimmen das ist für die du hast verloren. Das ist ein Hüchnesi das ein Mann spielt, wenn wir Gott ergeben, dann wir das ist für sich selbst ergeben, und mit Gott mit dienen. Wenn wir dann er noch einmal so eine Dinge klären, dass wir uns selbst proben, was wir meinen. So ein Hochnäßig hat es verändert, wo wir Gott umbeten tun. In was wir glauben, was es wichtig ist beim Umbeten, oder wo wir glauben, was es richtig hier und da ist. Wir haben dort verändert in uns, was uns trifft es zum Gott. Umbeten, erloben, erverheuerlichen. In Johannesfeier, Versch 25, der Kapitel ist der Geschichte, wo Jesus in der Samaria kam, hat er eine Erinnerung mit der Früh. Und er hat sich dort ein bisschen bestanden, dass er wüsste, wer sie werden, dass er mehr Männer gehabt hat, und wir mit dem Montag nicht mehr eramt. Und sie wieder empfangen die Früh an, und dann sagt sie, die Jüden, die Israeliten, die Seien, dort muss man im Tempel sein, wo ihr Gott umbeten tun. Wie ober sein, und man hat hier ab diesem Beuch geduhen. So alle Bäder haben eine Art und Weise, wo man Gott umbeten, aber wenn sie in alle Bäder eine stolte Gruppe Menschen, werden alle Bäder hochnäßig, glauben alle Bäder, sie wissen beten, sie glauben, wir sein, dort muss hier, und du seist, dort muss du. Hört sich doch bekommen von uns, was plottische Menschen auch? Haben wir nicht auch für einen Sitz hier gehört? Wenn du in der Deutschkirche vorhanden hast, dann ist der Talut für dich, wie dein Ding erreicht hier. Oder andere sagen, was jeder macht, das ist ganz artig, wie dein es reicht. Wir sind auch nicht so viel anders, als diese Menschen hier wären, diese Samaritische Früh. Immer glauben, dass wir wollten immer, wo der Pass ist. Und als uns drei fährt und dem Gott umbeten, leubert dem an umbeten, in einem Ehren, aus Gott, also dem sagen, wer wird reich sein, wer der ist reich. Und es steht, doch wir wirklich an das umbeten tun. Johannes 24, 20, sagt, das wird jetzt seine Antwort für er. Gott als Jesus in dem umbeten, man im Jesus in der Wahrheit umbeten. er hoff nicht zu tun mit, was eine Gruppe die hier ist, was eine Sprache ist, er hat eine kläre die eine hüte ist, dass Gott ist ein yes und wir machen am umbeten. Das ist nicht sehr wichtig, wo das ist, was hier in Ansi Körg ist, wenn er er ist, wenn ihn heute angestellt ist, umbeten. das von Gott ist, wenn er es ist, wir machen das in Wahrheit dann. Wenn wir dann mit dem Körg dann verändern das, dass wir den wichtigen Mörg dann wo oder wo in der steht, dass wir den wirklich anbeten dann aus Gott, verändert das unsere Antwort an, wenn wir uns er vielleicht es mal gefällt wenn Gott die Anklappen sagt ich will die Brücken für die Arbeit und vielleicht muss ich ein reich tauscht sein und ich fahle mir das Gott will meine Brücken für Gott aber hier ist eine Bedingung dabei ich habe mein Kopf ganz vor ich gesagt ganz reich gestaltet das was soll sein das ist wo Gott soll tun so wir hoffen nicht in den Raub fährt und das hat sich vielleicht anders so wie uns koppel haben selbst trag gestaltet wenn wir glauben wir wollten was Gott von uns verlangt ist was wirklich von uns verlangt hat wir sind so viel von uns zu sagen wenn du sagst das ist die Arbeit die du hast dann wirst auch du bist all wissend und nicht und immer wird die die grau die die hat auf gemerkt von uns sagt hier ist die kommen wir gehen vorbei wenn wir haben uns gehabt ein treib gestaltet durch eine kleine putz wo wir sind mit den das glaube ich was wollen haben und steht auf wir wirklich haben das was wirklich will haben für uns wie wir haben ganz fertig für was wie die brücken sind und dann wenn wir das dort verändern verändert dort diese hochnäsigkeit verändert wo wir leben wo wir sind das das ist das ist ganz leicht wenn ein doel menschen dort und kommen mit sehen und das leicht wenn das ist aber wenn wir hier schütteln rück und dann so arbeiten und hier wieder es ist lang nicht so klar zu sagen wer wirklich ein christ ist wenn sie im Sinn aus morgens kommunikation kriegen ich rede nicht bloß von uns aus einer Gruppe ich rede von Christen aus einer Gruppe es es ist wichtig dass die menschen wird wenn wir sagen das von bisch wird hier von morgens sein ist das wichtig für die dass die sind und sind nach morgens und sind eine Person die Gott folgen hat oder ist wichtig für die die Welt nicht kann das sein dass du folgen ist wir hatten gleich wie die Kirche kommen und das gleich zu bewiesen man reich Amen sein wenn du gesagt oder gebet hast und da durch die weg wo die Menschen wie oft glauben ich weiß einen Mon wo schaufe auf einen stehen den sind wir zu denen du sagst du bist Christ aber du lebst so so du hast du was das du er ist das wenn wir so arbeiten und ramm gehen und wie du wirst dass ich war johre an sind oder die die sind die die hier und die sind ja das ist ich weite das wie du wirst sagen oh ja wie du hast das ist du diese Räume rieten das und grünzen und schleich abstrahlen oder was auch immer. Wir wollen die Westen natürlich zu Gott gehören. Das ist das Verhalten wir. Wir wollen alle wegen den Mankern posten. Wir sind am Bad Sieden, weil wir sind höchernäßig zusammen. Wir wollen die Menschen in der Kirche sagen, das ist eine gute Person. Wir wollen alle wegen den Mankern posten. Das ist auch eine gute Person. Wir wollen alle wegen den Mankern posten. Das gibt uns eine falsche Ziel, von wo wir Gott sollen umbeten oder wo wir sollen vom Leben durch die Weg. In höchernäßig sind verändert wir an uns denken so weit, dass wir uns nicht mehr kennen, die Menschen. Dass wir uns nicht mehr kennen, dass wir uns nicht mehr drauffluten, dass die nächste Person uns vielleicht auch noch mal was wir kennenlernen. Es ist doch möglich, dass du das wie es wenn es noch mal reicht ist, als bloß du. Es ist doch möglich, dass du eine Person hast, wem du vielleicht wurscht teilen, als wenn ja, als du, dass du dich noch mal bekommst, wird lernen. Oder glaubst du, dass du das automatisch, wenn du eine Stufung angeht bist, was du die klickste Person tun? Ich höchernäßig sind, dass du uns nicht mehr lernen, von anderen Menschen. Das verändert, weil wir die Menschen kicken, weil wir uns sagen, dass sie wirklich ein Wirt haben oder nicht. Wir sagen, dass Menschen auch anders in der Kirche wenn wir allgemein, dass das nicht glücklich ist, dass alle Menschen überall sind, aber ein größer Teil von einer Studie, die nur sind, wie ein Percentage und so weiter, wo die Menschen eingestellt sind, für sie sind 30 Prozent von den Menschen sind, in der Kirche sind, nur 50 Prozent sind, die Arbeit oder sind. Wir sind so hoch näher, dass wir ein Bedeut sein, in der Städte für die Bedeutung. Wir haben das 3-Tien, ich will nicht durch die Schriftstelle kommen, aber das ist die Geschichte, wo Jesus die jüngere Feuchtwurschen wird. Feuchtwurschen wird für die ganz leidste Person, wenn sie gelaufen haben, was verschaufen ist, Feuchtwurschen wird für eine ganz leidste Arbeit, was sie ist. leiden. Da wird versessen nicht verbrechen, verdautet wird, wenn ganz leidste arbeiten. Doch Jesus mit den jüngeren Teil wird, hat er sich das Schall anbinden und knäht sich die Hände wasch in der Feit. und jünger denkt vielleicht Peutus sagt, oh, wenn niemals nicht mit der Feuchtwurschen will nicht haben, das wird für ein Lehrjahr werden, was das sollen tun. Und Jesus gab ein Verbild, und er sagt, das ist ein Verbild für Jünger, das ist für mich und die kriegt das gut von der dass wir uns ruf luten tun, dass wir die nächste Person tun und wenn es dann so luten wird, wir sind wirklich ruf geluten und wir sind dann ein von den letzten Däuner. Ich weiß nicht, was Jesus uns hier für ein Bild wiesen tut. Ich weiß nicht, wo er wird, er bedingt sein, aber er kann sein, und er wird, er wird Gott, er wird die König. Menschen, die nicht in der Kau sind, wir sind geraten, ich habe das genommen, ich sie am weichen im Himmel, ich weiß, ich bequiet sie, aber da sind ein bisschen Hünger, oder Schwinn, oder was immer sich anbeln, aber da sind ein bisschen lächer Klaus Menschen aus wie, wie Gehirn zu Gott, und Gott, finde, es so, wie sind dann ein Port von Gott in Himmel rück, aber denkt ihr nach, dass du in Sender wirst, dass die fehlt die Götter in Rade? Reimer 4, 8 sagt, dass Gott in mir und die ist . nicht glücklich da fährt das krass nicht in eine leere Klaus Menschen haben die krass geteilt aber wir haben vielleicht alle mit Jesus sterben essen und wir nicht geteilt als ein von seinen Kängen aber wie wir nicht immer so wenn wir so hoch näsig sind wir kicken rauf und dann wir sagen die Entscheidung zu merken die Person wird nicht gut verteilen wenn wir in der wird nicht halten und die ist so die lüte für den vielleicht ich kann gehen wenn die stört sich nach rauf hinab aber du fährt vielleicht nach dem Bett wird du wach hange und doch die sind wie wir in Bitt ist von wie schwein wir man geblatt rauhlen anst du man ramm hat noch kein Verlangen ich meine Gott in anstorft für mich und die können sagen die sind nicht später als der nächste anst fällt der rein oder an Jesus aber höch näsig sein fährt immer ganz blind zu das höch näsig sein einfach merken es auch noch da wir wollen höch ungesungen sein in Quark denke du schich en apostol schich der fiv ich war wester färgen war ich lesen nicht ola aber apostol schich der schich wurde das morn der land für kaffen bring den apostol wenn du fehl gedun till der tid das ist alt ola tupp leid den du wester färgen apostol schich fiv sagst stet wo du wier ein gewass am hann ne mit seine frü zafira da seine städ verkaft und hielt wort du von tre wort du fier gekriegen hod und seine frü wester auch hie brach bloß ein pott du fann in er war juf die apostol dort so die wern hann die mänchen wier 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 die dä dä verkaufen alles vorzuhören und brach nur die hand um sein mär zu halten und deshalb bäde sagen wir wollen auch ungesang sein wir wollen auch män die grotte geteilt sein wir wollen auch män män luten es wir haben das tun aber wir wollen was die trehung von salz und das pottrisch den und frü das fahrt am in der stoff wenn pottrisch sagt sei denn an komm dat den nehm de fahr sagt die to a or dan se pottrisch to a worum sind die einig geworden denn habe auch gefragt ist das alles was verjalt hat ja das wird alles verjalt worum sind die einig geworden den herren sind geste versäten kik mal die 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 män rütt geteilt und begrüft haben stuhn fahr die und und wollen die aufgerütt treten vor zu fahr sie versäten feit du und starf dann kommen die jungen män nennen und sagen dort sie dort wird und sie drühen auch aufgerütt und begrüven auch besit er den män die kommen groten fahr über die gläubigen menschen dann werden sie haben die Angst wenn sie wissen dort sie können menschen wahrlich verlihen aber Gott können doch sein wir in don wo grotes sie sich merken und lo was für eine geschichte von han dem wieder sein Gott wüsste wahrheit in peitres will sein gefällt wie mit den jäste können auch sein oder fallen was angene hat und einmal verändert das hochte näsig hat uns mit dem die 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 von Gott wie selbstflicht wird sein wenn Gott hat eine gufje geeft him down oder du co seins du have eine gufje geeft him down du glas okay will dann wo ich auch sein kann mich beget und ich kann das ding down und doch in 8 vers 28 20 das Simon wird hier mit Haaxerie daid driefen und so wie das Simon sagt das an den heiligen Jesus in 8 vers 8 19 Simon sagt dass den heiligen Jesus geeft wird von Aposteln an den hängen bläden und hat die galt an und gebt mir diese kraft von dem den hängen bleib den heiligen Jesus dann kriegt er sagt auch er glaubt auch wie er wird und sagt ich mir etwas galt geben und dann kann ich das tun und das wird nichts von der Sache von des Mann das ist besonders wie wir und den hellen Jesus hat an sich was das wundere wirken da wir nicht die Mann aber er glaubt er kann er teut er wird werden er will auch das kann sein manche menschen und Pater sagt er muss den Geld mit die vergoen oder verloren sein plus noch ein ding was das hüchnesig hat ans verringen das verringt was wir sagen was was mission ist was Gott uns hat von ab ge hat was wir sollen dann hier beirrt wir sind hüchnesig und wollen hier sagen es als tipp zu schoffen dass wir von reden leiden dann bringt dort uns von hier rütt gehen und wirklich dann was jesus sieht er wird die ganze welt verspreiden und alle leiden leiden von jesus wir sagen wir so bedeutet dass ich in mir und uns in wie dass wir uns hier selbst waren mit tipp tipp und steht auf wieder an schoffen auf die rütt gehen und Gott sind wo wir kennen das er gesagt hat vergeten wie du da ich wenn wir sind so bedürt an ich in mir in wie in uns und so wieder wie vergeten de ganz von Gott hat gesagt go dann war so ein tipp zu schoffen und in mei tipp zu nehmen und in Dusch war und in der steht rück und sein alle Menschen dort hast du noch hast noch mal so ein Ding das ich verstehe dran sie hat noch mal mit so jungen sich hat ein tröbel half wir sollen mit pride deal nicht dass ich verankert kann sein forgive mich wenn ich habe mich war so abgestalt dass ich was was in jesus wie jahren sie hat einen stolten sinn gegangen aber die sich fing wie in jesus wenn du was in dein sein wenn du was ihr mit dein leben wenn du was vor am schoffen dann muss das graute act sein sein was du von mir in an gehörsam sein was du hast das für schlesene im umfang sprich er sagt ihn versagt ihn sagt wer stolt es geht in gründ in hüchne sich sein kämpfer den voll mein wanschen gebet es wie wir wollen uns dort lernen der jesus seine kraft nicht in uns sails der den heiligen jesus versprachen haf sein halt mich hüchne sich im sticht gehen in rauf looten in die 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 begroven und dann sagt jesus der in den garten hat er sagt nehm das von me aber nicht mein will den soll je do war das ist mein wanschen gebet vans ola himmlischer fuhr da wie kum fer din on jesach von der smar ist wie wollen dort tauscht tun dass du bist der oma ich ja got und alles geschroff haf in wie sind wenn es der welt besagen dann wie sind man sehr clean man sehr clean apart von was du gemerkt hast und doch hast du sind leif ans die den einzigen sehnschacken leid so wie ola kahn im pot von jene familie san ob wir nicht verloren gön fuhr da wurscht die uns halten der ich gäh ist dass wir wun kahn dat akt siedlein in friwählig mit frau hoaten fahrwutz gön in die doin wo am rott da moch looten und das ans hat ola gefall nicht was so lang hat die gefall ist dass du de ihr kriegst dass die nu wurde abgehoben worden und du wirst geloof worden und wenn die menschen ans dann frauen was dit meilig was dann werden sein wein gott allein have mir de krophie geeft die ehe traft help uns hart anstrahlen in den wach her ik dank die al voor die worst down in jesus die noemen amen